Jetzt haben wir aber zum Schluss uns Mühe gegeben, das muss ich mal so sagen. Ich rischiere es, ne? Ja, man muss ja auch erstmal warm werden. Das macht man ja immer so mit drei Runden zum warm werden. Ja, okay. So, ja, auch Spaß machen. Ja, ich sag nur, sag mit. Ja, ein bisschen Rumfotzen gehört dazu. Das ist aber jetzt ein Insider. Da muss man durch. Finde ich bei so einem Spiel. Was, wenn man es schon nicht ernst meint, man blödelt eigentlich nur. Ja, natürlich. Natürlich blödeln wir nur. Erinnerst du dich an den... Warte mal kurz, ich nehm... Warte, ich nehm dem die sieben. Soll ich seine Karten nehmen? Nimm was mit. Ich mach das einfach mal hier, von Globox. War nicht so gut. Ne, war nicht so... ...verrauschend. Das war sogar doof. Eins auf eins. Hä, das liegt doch rot! Das gibt's doch wohl gar nicht. Was ist das für ein Gespiele? Jetzt weiß ich nicht. Hat der noch gelb gehabt? Weiß ich nicht, aber kannst du... Ja, wir werden's sehen. Ja, hat er ja. Ja. Das kapier ich immer nicht. Wenn die... Wie viel hast du jetzt gekriegt? Elf? Elf. Aber jetzt wird's den mal verlassen. Ich will mal was einstellen. Ich erstell ne neue Lobby, ne? Verbindung nicht möglich. Ach ja, aber der Rollstuhl. Ja, ja. Ich erstell ne neue Lobby. Partie 2 gegen 2. Eine Partie erstellen. Wir nehmen auch mal ein anderes Kartenblatt jetzt. Wir nehmen mal die Rabbids. So. So, jetzt hab ich's ja kapiert. Und dann nehm ich 0 und 7 noch raus. Das andere lass ich aber drin, ne? Lobby betreten. Bitte? Äh, ich kann dir keine Einladung schicken. So, ich hab dich mal kurz im OBS gemütet. Ach so, ich... Mann, Spür! Dieser schöne Uplay... Was ist denn das hier? Oh, jetzt kann die da wieder dich hören. Ich kann dich nicht einladen. Du bist ausgegraut bei mir. Lass mich mal gucken. Ich kann eh beitreten. Also warte mal, ich mut mich mal kurz bei OBS, weil sonst ist ja das Pedelblut blöd. Ich glaub, wenn er OBS sagt, meint der den DS. Da ist er. Lobby freischalten. Mein OBS und Team-Speak. Ja. Ach so, Partiebeginn. Entschuldigung. Weißgrün. Hier fährt grad ein Zug vorbei. So, jetzt haben wir die Rabbids. Jetzt haben wir die Rabbids. Biva und Biva. Die sind noch am lustigsten. Oh, ich hab eine plus vier und eine plus zwei. Und oh. Ich hab aber 0 und 7 jetzt ausgeschalten, ne? Ja. Trotzdem. Doch schon ein bisschen bitter. Entschuldigung. Ich wollte, dass wir ein paar... Gott sei Dank. Jetzt werden wir mal in den schönen Garten los. Ja. Neun und ihr habt alles so wenig. Ah, scheiße. Ich muss immer beginnen. Gut. Ich komme mir nicht so schnell in die Ecke. Oder kann man mit einer Taste das auch machen? Weiß ich nicht, Alter. Ich mach die Maus nur wieder. Aber ich war grad etwas langsam. Was meintet eigentlich, wie schnell er? Risiko. Aber er hat ja zwei Karten. Der kann uns eigentlich nur dazwischen funken, wenn er jetzt eine andere Farbe rauflegt. Oder so. Arschloch. Achso, dann lichtet die von allein. Ja, die ist nicht verkehrt. Vier Karten. Schön. Ja, tut mir leid. Schöner ist ja, er kann denn nicht mehr leben. Wie viel XP hast du gekriegt? 21. 24. Beende zehn Online-Partien. 500 XP hab ich grad bekommen. Mir fehlen glaub ich auch noch vier Partien. Dann krieg ich auch wieder ein paar. Ja, das ist gut. Oh. Das sind ja auch Online-Partien. Du kriegst ja auch nur XP bei Online-Partien hier. Sonst gibt's keine. Thank you. Oh, willkommen. Ich hab noch kalten Kaffee und du bist. Ja, und? Ich kann Multitasking. Ding. Was? Bist du eine Frau? Ja. Das war klar. Dankeschön. Das war jetzt mit Absicht. Warum? Die spielen zusammen. Die spielen. Ja, das hast du nur davor. Ja, Risiko hätte ich auch gemacht. Bleib ruhig bei Rot. Bleib bei Rot. Die lache. Man kann ja auch einmal unfair spielen. Das ist ja nicht so dramatisch. Unfair? Du hast doch nicht unfair gespielt. Doch, indem ich dich manipuliert hab. Indem ich dir ziehe. Lass nach. Boah, du konntest ja nicht wissen. Ich bin unfair. Du kennst ja seine Partner nicht. Nein, ich mich da überholt. Hey, Träne. Musst du haltziehen. Nein, ich muss ja wieder kassieren. Oh, richtig so. Hey. Ich hebe die vier noch auf, wa? Nein. Solange es noch geht. Mal gucken, wie er gelb hat. Ah, er wechselt schon. So, jetzt ist die Gefahr ganz groß. Wenn wir nicht auf eine Farbe kommen, den Blau. Blau? Ja, weil ich das nicht hab. Öfff? Dann kann ich ihm einen rein drehen. Und ich wünsch mir gelb. Dreh ruhig zurück, wenn du möchtest. Ja, wenn ich das schon darf. Kacke. Nein, mach ich nicht. Ich weigere mich. Nein. Nein. Man darf dann auch nicht ausspülen. Jetzt spielen die uns aus, wa? Kann das Spiel nicht mal anders rumlaufen? Oh, guck dir mal an, was du denn wieder für eine Scheiße kriegst. Das ist doch nicht normal. Das ist doch gut, die Karte, ne? Die sind nur zum Kotzen. Jetzt hast du eine grüne 7. Toll. 30.000 Karten aufgenommen. Und ich kann nicht auf Rot. Oh, jetzt krieg ich auch noch einen rein. Ja, was soll's. Weil, so wie die spielen, kann man das ruhig riskieren, ne? Was ist das hier? Das ist halt auf Zeit. Er hat blau. Kacke, und du kannst nichts machen. Ja, haben wir verloren. Ach so, doch kannst du was machen. Du kannst es riskieren. Gucken. Ja, das geht auch. Hast du noch eine 2 plus, gut. Ich hab noch 2. Nimm kein Blau. Nimm Rufo. Oder Grün. Grün ist auch gut. Grün passt, ja. Ich bleib natürlich bei Grün. Warte mal, Mann. Das ist aber auch wieder warm heute. Ja, bei mir geht's. Mach ruhig. Ach so. Bist du? Ja, so ist sogar noch besser. Jetzt kriegt er die. Ah, nee, ich doch nicht. Komm, wir geben jetzt. Ah, nee, Rot. Ah, du hast eine 5. Du hast keine Rot. Du machst nichts. Ich leg dir die Karte. Ach so, nee, das ist die Special-Karte. Die Hasenkarte lege ich jetzt. So, ein bisschen mehr Speed. So, und jetzt die 2, genau. Muss ich eben ziehen. Ist auch egal. Scheiße, was ist das? Aha. Na, mal gucken, wer das jetzt schlucken muss. Wir beide nicht. Er hat die doch selbst gemacht. Ich hätte die aber auch rausgelegt. Ach, der hat kein Blau. Schöne Farbe. Rot oder Grün hat er dann, ne? Werden wir jetzt gleich sehen. Grün hat er. Dann probieren wir mal Gelb. Ach, das hast du nicht. Scheiße. Doch, jetzt hast du Gelb. Das ist ein schönes Gelb. Das Gelb mag ich. Na, jetzt kannst du Grün nehmen. Mal gucken. Er hat kein Grün. Jetzt hat er... Er hat Gelb. Alles klar. Äh, ablehnen. Weil er die gerade gezogen hat, ne? Da brauche ich nicht anfechten. Das ist Blödsinn. Sehr gut. Wunderschöne Farbe. Dabei bleiben wir. Scheiß Farbe. Auf jeden Fall. Oh. Jetzt wünscht er sich Blau. Kann er haben. Er hat gar kein Blau und wünscht sich Blau. Weil der Blau hat. Richtig. Wir brauchen Grün. Aber du kannst keinen Grün machen. Es ist was. Spears. Ah, die ist gut. Die nehmen wir. Taktisches Ziel. Keine. Weil. Oh ja, das ist ja aber auch gemein. Ich probiere es, ne? Ah, kacke. Das ist aber eine gute Farbe. Das Blöde an sich ist ja bei der KI hier. Die kennen ja eigentlich unsere Karten. Theoretisch. Ach so. Das geht auch. Können sie das genau. Jetzt hat er sich Rot gewünscht. Dann kannst du ihm ja gleich zwei geben. Gut. Ich hebe die zweimal noch auf. Bots müssen ja irgendwie den Schwierigkeitsgrad berechnen. Und das geht nur, wenn sie unsere Karten kennen. Ja, den Verdacht hat man immer, ne? Das ist schön. Ich mach mal. Wenn er sich wehren kann. Nein. Dann kannst du den anderen noch welche einschenken. Lache. Bei mir hat er nicht gelacht. Ja, das ist immer dann bei dem, der spielt, ne? Das lag doch gelb. Ja, er kann ruhig mal ein bisschen ziehen. Hätte sich auch blau wünschen können. Guck, ich könnte auch kein Gelb karten nehmen, aber... Ah, dann nimmst du die. Dann wünsch dir jetzt blau. Oder so. Genau. So, ich drehen. Aufhol. Das war schön. Du hast nur zwei. Hättest du auch die grüne nehmen können. Nö. Kannst du auch legen. Jetzt nimmst du die rote. Nö. Wollen gewinnen. Oh. Gut, dass ich gezogen hab. Plus zwei. Ja. Nö. Das war klar. Trotzdem kaputt. Die gilt aber auch. Es wäre schön, wenn wir irgendwie auf blau kommen. So, komm mal. Jetzt. Ah, jetzt hab ich den, den... Risiko. Ah, okay. Risiko. Rot hat er. Verloren. Ja, ich hätte eh nichts machen können. Was hätte ich denn machen sollen? Blau. Ja, dann hätte der andere die blaue Farben, die beiden gekriegt. Aber nicht er. Ja, dann hätte ich meine blaue, äh, hätte ich meine Plus zwei aber auch auflegen können. Verstehst du? Ach so, das hättest du. Vielleicht hätte er auch blau. Was hat er sich für eine Farbe gewünscht? Rot, glaube ich. Oder grün. Ich seh's nicht mehr. Ich glaub, er hat sich rot gewünscht. Du hast ja zwei, das hab ich gar nicht gesehen. Du hast so viele Karten da gehabt. Ja. 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 Faiter. Das sieht soweit gut aus. Ach da, oh der Knarsch, du. Oh, die üblichen Karten. Nicht grad brauschend, aber okay. Aber das stimmt. Ich hätte mal die zwei rauflegen sollen, das wär besser gewesen. Ja. Ja. Ich bin hier im Karten. Oh nein, mach bitte die Karte weg, das war klar, ach du, du hast mir eine Wünschkarte Oder so, dann gewöhnen wir halt jetzt noch nicht Achso, der hat ja, ach, ich finde ja nicht aufgepasst Ich habe sogar zwei Wünschkarten, ich hätte die nehmen können Die ist schön, das ist eine schöne Karte Aber vielleicht haben wir den Sieg verschenkt Das tut mir im Herzen weh Nächstes Mal schreist du, warte Dann warte ich Nö, doch Ich warte im Tag Alone in the dark Ich hebe sie noch auf, wa Aber ich kann mir nur Gelb wünschen Ah ne, ich kann die Eins nicht Das ist noch eine Eins Ah, das ist schön, nimm die Fünf, genau Und ich habe kein Blau, dann nehme ich die jetzt, ne Und wünsche mir Grün Das ist jetzt ein bisschen unser Ziel Sonst ist die Runde ja zu schnell zu Ende Wir bleiben bei Grün Ah, plus zwei vielleicht Geh kein Risiko ein 20 XP Oh, das war ich Das hat gekrabbelt Und ich muss rülpsen Na toll Na toll Mach ruhig Das ist die Gator Du drehst scheinbar gern die Karte, ne Achso, die geht ja gar nicht Ich muss ja die nicht Ich habe davon reichlich Ja, dann spiel mal aus Oh, schade Mh, du hast da neun Ne, liegt mir so Nein, 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 nein Ne Sehen wir ruhig Ich verziehe, bis ich rot habe. Oder die. Jetzt wähle ich aber rot. Jetzt mache ich das auch mal so bescheuert, ne? Ja, ja. Ja, bescheuert sein ist immer ein Risiko, aber es klappt halt manchmal. Das hat, glaube ich, bisher zweimal funktioniert. Ja, kein Rot. Also muss ich bei... Oh, gut, geht auch. Die hebe ich aber noch auf, ne? Das musst du zwar ziehen. Ja, eine. Hat zwar Glück. Ah, Pech. Oh, das ist gut, Rot. Hm, hm, hm. Hallo? Oder nicht neben dir. Ja. Ja. Nein! Ich will aber keinen grünen. Oh, wie der auch. Okay, da geht das meiste. Jetzt kannst du auch... Da hätte es frisch liegen können. Ja, du kannst aber jetzt auch deinen Rot wegrünen und dann würde ich sagen, ich drehe mal kurz. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob der Rot hat. Er dreht zurück. Er dreht zurück. Ja. Wir drehen mal ein bisschen am Rad. Hey. Arschloch. Wir drehen am Rad. Geht lieber wohl zu langsam. So, und jetzt nimmst du die zwei, wollte ich sagen. Dann nehme ich jetzt die zwei. Hat mir eh nichts anderes übrig. Ja, kacke. Kann man ja nicht wissen. Jetzt wäre es besser gewesen, wenn du die gleich genommen hattest. Im Hinterher ist man immer schlauer, ne? Dann hätte er hier sechs Karten geschluckt. Bläu. Bläu. Ich hätte gerne mal einmal bläu. Oder rot. Rot ist auch schön. Bläu. Kommt das Blau ein bisschen spiel. Och, das kann doch wohl nicht sein. Jetzt brauche ich aber nicht zusätzlich schlucken. Er hat ja die Karte gleich gezogen. Oh, guck mal. Ich habe eine schöne. Das gibt es doch gar nicht. Doch. Bei Roller. Eine Eins. Gelb ist auch doof, ne? Mach ruhig, mach ruhig. Vielleicht legt er ja auch eine Eins. Ah, eine Fünf. Scheiße. Wo legt keine Eins. Dann legt ich eine Fünf. Gelb hat er nicht. Gelb ist eine gute Farbe. Bleiben wir. Grün. Ah. Wie cool. Ne, die Vier wollte ich nicht legen. Ist das? Ne, ich meine ja auch Grün. Ach so, alles klar. Dann hätte ich gesagt, leg die Vier. Blau. Macht das Spiel verrückt. Das ist aber nett von Ihnen. Eine Vier. Nimm Rot. Rot. Ach so, das geht auch. Ich habe nur... Den Moment habe ich schon mit Grün. Ja, ich habe ja auch noch eine Sechs. So, ich bleibe bei Rot. Ah. Wäre ja nun egal gewesen, welche ich genommen hätte. Leider. Da meine ich die passenden Zahlen. Das ist zum Kotzen. Mach eine blaue Eins. Ich nehme mal die Sechs, ne? Geh mal das Risiko ein. Ich hoffe mal. Ah. Kacke. Das wird immer interessanter. Mach ruhig. Mal gucken, was jetzt passiert. Och, Biva. Die war nicht für dich. Die war nämlich für Biva. Hast du gut. Blau ist schön. Das ist so eine schöne Farbe. Na ja, schluckt sie. Nee. Oh, Kacke. Nimm die Vier. Nimm die Vier. Nimm die Vier. Das war fies. Jetzt geht's so los. Also, hier kommt die nächste zwei plus. Die haben genug gesammelt. Jetzt habe ich aber auch eine. Da, die fünf. Genau. Kacke. Dann macht das wieder so einen blöden Farbwechsel. So, Momodipo. Hey. Ich habe doch schon... Oh, oh. Ich liebe doch nicht beschweren. Ich habe zwei, zwei plus. Geil. Genau. Na los. Mach. Jetzt lege ich sie aber nicht raus. Welche Farbe wünsche ich mir? Blau. Da hast du ja zwei Ausruhe. Siehste, gut, dass ich die nicht gespielt habe, ne? Er hat es vier gekriegt. Noch einen Ausruher. Nimm die ihn ruhig. Guck mal, ich habe doch hier eine schöne Farbe. Welche soll ich denn jetzt nehmen? Nimm mal Rot. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Fechte an, Fechte an. Ach, schade. Ja. Du bist aber lieb. Ich habe keine Eins. Oh, jetzt geht's auch. Ne? Das war klar. Du hast schon einen Grün im Kopf gehabt. Ich bediene mal, ne? Also keine zwei plus. Nein. Mensch, ich nan... Hä? Verstehst du das? Moment nicht. Bis auch, jetzt kommt eine andere Farbe. Ne. Eine neun. Kacke. Soll ich dir eine neun geben? Ich lasse mal einen unter den Tisch fahren. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Jetzt riskieren wir es mal. Da müssen die Karte kommen, dass die Karten versteckt werden. Und dann kriegen die das auch nicht mit. Ja. Sieben. Sieben. Kacke. Oh, sieben. Rot ist doch schön. Äh, ich habe mal Rot gesagt. Rot. So, front, du. Na gut. Mal gucken, was passiert. Das war klar. Mal wieder zu. Das war klar. Das war gut. Vier. Du hast doch eine vier, nimm die rote. Du hast kein Rot. Ja, ist doch egal. Wir wollen gewinnen. Ah, wir wollen noch ein bisschen spielen. Wie mehr Rundes willst du und mehr XP? Wurschtel zwei. Ja? Na gut, dann ist der schon mal ausgeschalten. Du musst jetzt so lange ziehen, bis du Geld hast. Ja, oder so. Ich habe Krap. Ich hoffe. Es kommt nur plus zwei. Kacke. Nein, ich gebe noch nicht auf. Nee. Nicht da unten nehmen. Ist egal, nehmen irgendeine... Ja, oder so. Ich habe die da unten. Das wollte ich verhindern. Gehen wir mal. Ziehen ist böse. Hm. Jetzt muss ich die beiden Karten loswerden. Kacke. Ich will nicht ziehen. Ich nehme blau, ne? Hm. Na, gelb geht auch. Oh, gelb geht. Ja, mach die. Ja, mach die. Na, er hat. Du hast eine neun im blau. Haha. Wow. Jetzt ist es egal. Ach komm. Nimm mal, nimm mal den Spaß. Warum? Dann kriegen wir mehr Punkte. Weniger. Oder nimm die. Die, die, die. Achso, ich sag's jetzt nicht. Das interessiert mich die Punkte. Jetzt hätten wir aber gewonnen. Ich hab auch ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass er dann aussieht. Das war jetzt nicht gut. Das ist jetzt einfach ein Moppy. Ja. Ja. Wer nicht riskiert. Ich hab auch nix probiert. Oh, ich hab noch 22 XP. Ich hab 24 hier gekriegt. Diese Rundenüberblickpunkte bringen uns eh nix. Nö, 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 nö. Die kriegst du ja auch beim normalen Spiel. XP kriegst du nur beim Online-Spiel. Und wenn du natürlich irgendwelche Aufgaben zufällig erfüllst, nach denen ich nicht schaue. Also diese Medaillen. Na, dankeschön. Das fängt ja gut an. Wieso hätt ich ziehen müssen? Ja, weil du nicht die Farbe hattest. Das weißt du ja gar nicht, wenn da eine andere Karte gekommen wär. Ja, dann hat sie trotzdem nicht. Kann ja wirklich sein. Ja. Jetzt setz ich aus. Ja. Oh. Achso, ich hab gedacht, der würde dir jetzt ne Karte einschenken. Das machst du ja schon freiwillig. Hm. Rot ist gut. Das ist aber lieb. Nicht ganz die Farbe, die ich schraub. Ja, ich kann dir auch nicht helfen. Ich bleib dann bei der Farbe. In der Hoffnung, dass er in der 7 bleibt. Nein, das war nicht meine Hoffnung, natürlich. Nimm die. Verfickte 8. 8 ist aber gut, ne? Wir bleiben mal bei 8. Ja. Aussetzen. Sehr schön. Bin schon ganz gierig. Aussetzen. Beziehe ich lieber. Die Jungs haben Spaß. Ah, Kacke. Blau haben wir beide nicht. Ja, jetzt hab ich wenigstens jede Farbe. Fast. Naja, dabei nur noch 3 Karten, ne? Ich hab kein Blau. Ja, nimm sie. Ah, Kacke. Du hast auch noch 2, du Arsch. Ich hab auch noch gegen. Ah, guck mal, was ich gekriegt hab. Schön. Sehr schön. Gelb ist ne gute Farbe. Ich nehm... Welche Farbe soll ich nehmen? Rot oder Grün? Wie du möchtest. Rot-Rot. Ja, sind plus 2. Und sich ja nicht langweilen. Ja, weil er auch nur noch 2 hatte. Na gut. Wir werden sehen, was er hat. Er hat kein Rot. Er hat kein Rot. Und legt ne plus 4. Wo war er? Wo war er? Ach, war nicht ne Rote, aber an ne Wünschkarte. Er hat Blau. Kacke. Ah, das ist ne schöne Farbe. Immer ruhig Grün. Ah, scheiße. Die gegen mein Mikro. Die kommen. Die haben kein Grün. Und kein... Ah, Knarr. Und kein Rot. Ja, keine plus 4. Keine plus 4. Keine. Und der hat noch hässliches Blau. Ich mag zwar Blau, aber... Blau ist keine Farbe. Blau ist ein Zustand. Tandét individually. Verkehr und Alter. Da. By. Aber lau.